Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich sitze gerade in der U-Bahn Fahrt Richtung Alexanderplatz, denn ich gehe heute auf den Fernsehturm. So, ich bin jetzt gerade hier auf dem Fernsehturm, morgens früh um neun bei der ersten Fahrt. Keine Menschen hier zu sehen. Wirklich, ja toll. So, jetzt noch mal kurz. Hübsch, genau. Auf geht's in den Friedrichstadtpalast. Der Wald, der Musical schauen. Ich bin sehr gespannt. Die Show war mega gigantisch. Das Bühnenbild wirklich sehr, sehr gut. Wie sich alles bewegt hat. Wie der Fernsehturm dargestellt wurde. Alles wunderbar. Krass. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017